. . . . . . . . . Wir gehen gerade los vom Arbersee, einer Skitour zum großen Arber übers Mittagsplatz, weil es im bayerischen Wald noch mal geschneit hat. Und im Gegensatz zu den Alpen gibt es da keine Lerwinengefahr. Also auf geht's. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 . . . . . . . . . Also die Bedingungen heute sind der Traum, das Wetter ist bis jetzt auch super. Aber da vorne hängt schon wieder fette Wolken, ich bin gespannt ob wir hier eine Aussicht haben vom Gipfel. Musik 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 Vom Mittagsplatz kann man ein Stückchen mit den Fellen runterrutschen und dann geht es weiter zum großen Erbach. Musik 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 Da ist er, wo wir dann ohne Wolken. Jetzt sind wir auf den letzten 105 Meter zum Gipfel. Das ist einmal ein bisschen steiler. Da wird es wieder noch schön. Musik Richtung Gipfel eher nicht mehr so. Musik Musik Jetzt schauen wir noch schnell auf den Richard Wagner Kopf, weil da war ich tatsächlich noch nie um. die r 왜 ernst geben. Musik 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 So, jetzt geht es der Vollständigkeit höher auf dem großen Ava und dann geht es zurück zum Ava Si. So, jetzt geht es der Vollständigkeit. So, jetzt geht es der Vollständigkeit. So, jetzt geht es der Vollständigkeit.